Hallo, ich wollte euch heute sagen, wie mein Kaninchen richtig verpaart, beziehungsweise alle Scheckenarten, wozu auch die Königsmantelschecke gehört. Dein Martina-Kaninchen, deutsche Riesen-Schecken und so weiter und so fort. Alle, die mit Schecken verwandt sind, also alle, die Punkte haben, was er auch hat. Also das ist eine Königsmantelschecke und darum geht es sich jetzt nicht um die Zalanda Zwergwetter oder sowas, sondern um andere Kaninchenrassen, sondern um die ganzen Scheckenarten. Wie hier zum Beispiel Klopfi, die ihr sehr wahrscheinlich schon kennt, zu der wir jetzt nochmal gehen. Das ist übrigens die Königsmantelschecke. Und das ist die deutsche Riesen-Schecke, die ist auch eine Schecke. Dann gibt es nochmal die englischen Schecken und so weiter und so fort. Was bedeutet, dass das ist auch eine Schecke, das ist eine Schecke, das ist eine Schecke und das, 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 das. Aber dazu gehören keine Albinos, deswegen, ja. Das ist eine Schecke. Das, was, man darf jetzt nicht Schecke mal Schecke verpaaren, sondern man muss Schecke mal einfarbig verpaaren. Was so dort insbesondere bedeutet, dass wenn die zwei sich verpaart haben, dass sie dann so ein Fehldarm entsteht. So, dass die Tiere dann dementsprechend ein Fehlgehen bekommen und daran sterben können. Und die meisten Züchter schieben es dann auf Coccidien, obwohl das an der Scheckenkrankheit liegt, weil das geht einfach nicht so gut zusammen. Genau, das bedeutet, ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr Kaninchen verpaart, dass ihr dann nicht Schecke mal Schecke verpaart, wodurch auch die englischen Schecken und alles woran gehören. Also alles, was halt Punkte hat. Alle kann nicht in die Punkte haben, die haben auch Punkte, die gehören auch zu den Scheckenarten. Genau. Oder ihr schlagt bei Google auf alle Scheckenarten und dann kommen alle Scheckenarten angezeigt. Was bedeutet, dass ihr aufpassen müsst, mit welchen Tieren ihr euch, mit denen die Tiere verpaart, weil es kann manchmal wirklich böse enden. Und wenn sie mal drüber checken, ist sehr, sehr viel gefragt. Genau. Das war mein ganz, ganz kurzes Video. Und sorry, dass es erst heute kommt. Und ja, bisschen zwar peinlich, aber trotzdem. Ich konnte halt nicht früher und ich habe halt heute noch Schule gehabt. Und da steht, weiß ich auch nicht, wo mein Kopf jetzt noch so steht. Deswegen, sorry, ich habe es versucht, so schnell wie möglich jetzt noch zu verpaaren. Also es ist ein bisschen, Video zu machen. Und ja, merkt euch eins. Nie mal Schecke, mal Schecke verpaaren, weil das kann lebensbedrohlich für die Youngtiere werden, was ihr nicht möchtet und für andere auch nicht die Tiere möchten. Also, tschüss.